Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Du hörst aus einer der Krankenhäuser, aus dem Kind, und wir haben die Gelegenheit Früchte gebracht. Aber wenn wir nicht die Urlaub haben, wenn wir all diese Gelegenheiten nicht sehen, dann haben wir die Gelegenheit verloren. Die Gelegenheit, Frucht zu bringen, dass Jesus bei uns eetet hat, dass Jesus von unserem Lebensbaum eetet hat, weil wir nicht die Uge aufgeholt haben. Mit dem Vierbaum wird das so schlimm, dass Jesus sagt in Markus 14, niemals mehr wird wer von dieser Frucht eetet. Die Gelegenheit wird vorbei. Die Gelegenheit im Leben wird vorbei. Die Gelegenheit wird vorbei. Die Gelegenheit wird vorbei. Die Gelegenheit wird vorbei. Was verpast ist, ist verpast. Aber wenn wir gerne Gott fragen, ob er uns nie die Gelegenheit geeft hat. Herr Jesus, von daher bezeichnen wir uns den Sinn, dass wir vorgehen, die Gelegenheit Frucht zu bringen, nicht gebraucht haben. Dass wir vorgehen best bei uns vorbegekommen, als wer der Neut ist, der nicht eetet hat, als ein Kind, der Leib braucht, als ein Nächster, der gefangen ist, der im Krankenhütz ist. Und wir sind einfach bloß vorbegegangen. Verzeih uns dort und wasch uns rein mit dem Blut. Und mag unsere Augen, ob wir die jeden Tag seine ziehen. Dort beten wir in dem Namen, Jesus. Amen. Warte im nächsten Mal, mit Hopelingsbautschap. Das war eine Produktion von Jesus Responde, Al Mundo de Oi. Töp, mach wie die Nummer Jesu gerade schriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktier uns und ja, info arroba jesusresponde.com Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.